Dieses Video wird euch präsentiert von DieMobilistin. DieMobilistin.de Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe hier noch 14% Rest und bin aber nicht arg weit gekommen. 180 km, 32 kWh verbraten bei 18,0. Ja, ist doch ein gewisses Missverhältnis hier. Und ihr seht es auch bei meiner Statistik jetzt für die ganze Woche, dass ich tatsächlich den Long Range weggefahren habe. Die 75 kWh habe ich weggefahren mit 430 km rum. Das war auch da mal, ich habe ein paar Schleifen für euch nochmal gedreht. Das gebe ich ja zu. Zwei auf jeden Fall, 30 km, das ist richtig. Ich komme mit dem Standard Range nicht über die Woche. So viel ist es mal klar. Also im Grunde, ich habe ja auf 100% nochmal nachgeladen, brauche ich zwei Akkuladungen fast. Okay, also ich muss auf jeden Fall einmal in der Woche nachladen. Das ist wohl der Stand. Schön, die 32 merken wir uns. Ne, wir laden nur auf 90% natürlich jetzt. Ja, richtig. Also nicht auf 100% ständig laden. Das sagt das Auto auch, dass das nicht gut ist. Das mache ich auch nur am Anfang mal, um zu gucken, was das Auto denn für so eine Reichweite hat. Und wenn, dann kann man das auch mal bei 100% Ladung dann eine Weile noch mit mehr laufen lassen, damit man mal wieder kalibriert. Und möglichst ja auch von knapp über 0 auf 100% laden, damit der Akku wieder weiß, wo er Anfang und Ende ist. Aber normalerweise das Ganze nur, wenn man wirklich auch gleich wegfährt. Zeigt das ja hier auch schön das Auto selber an, wann man was machen soll. Ja, das sollte man auch berücksichtigen. Und täglich ist normalerweise hier in dem Bereich. Und das geht auch bloß bis 50% übrigens runter. Das ist 50%. Und dann kann man hier so, das ist dann ungefähr 80, 90, 70, 60. Ja, das stimmt ja sogar. Das ist hier 60, 70, 80, 90. Und ich lade jetzt mal auf 90% hier wieder auf. Und höre mir auch gleich mal an, ob es immer noch dieses komische Geräusch gibt. Die Akku-Vorklimatisierung. Wir sind bei plus 5 Grad. Haben aber auch hier schon wieder eine Schneeflocke. Könnte also sein, dass das Auto wieder meint, es muss noch vorklimatisieren. Stecken wir mal ein. Das Kabel reicht genau bis hier hin. Viel kürzer dürfte es nicht sein. Kein Geräusch. Im Moment kein Geräusch zu hören. Oder? Nee. Die Lüftung in der Tiefgarage. Nicht im Auto. Auto sagt doch, ja, wunderbar. Lade ich mal. Maximal 16 Ampere haben wir ihm hier gegeben. In 4 Stunden wäre er fertig. Guckt mal, das Auto hat sogar noch Free Supercharging. Irgendwie war jemand in Sulz-Föhringen und hat geladen und nichts bezahlt. Also die Geräusche vom letzten Mal sind nicht zu hören. Da vom Motor. Das ist der Motor, der benutzt wird, um den Akku vorzuklimatisieren, obwohl das Auto nicht fährt. Ist interessant. Hier vorne hört man die Pumpe. Das ist auch das, was man immer hört, wenn das Auto nicht eingeschlafen ist. Interessante. Guckt mal hier. Der Regen auf der Haube. Wasser Tropfen. Von meiner guten Wäsche. Nö, also, so funktioniert das jetzt. Und, das laden wir mal hier die 4 Stunden. Und dann schauen wir mal wieder. Fertig geladen. Ja, mit aktivem Wop in der Tasche. Ist wohl keine Sentry-Mode-Auslösung. Auch nicht schlecht. Was macht das Auto hier eigentlich? Schläft das? Oder irgendwie? Ja, Sentry-Mode war an. Habt ihr gerade gesehen. Auto ging auch sofort hier an. Ist also aktiv. Was hat er da für eine Meldung? Oh, zwei Ereignisse doch im Sentry-Mode. Ansonsten haben wir 39 Kilowattstunden reingeladen hier. Und sind jetzt wieder auf 90 Prozent. Wie viele Kilometer sind 90 Prozent? 336. Also, hier habe ich 39 Kilowattstunden. Und dann habe ich ja genau 50 Kilowattstunden am Ionity reingeladen. Das sind also 89 Kilowattstunden. Und verfahren haben wir 75 Kilowattstunden. Also haben wir einen Fehlbetrag von 14 Kilowattstunden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und auf die Woche dann gesehen, bei 432 Kilometern, sind das dann ein Schnitt, Verbrauchsschnitt von 20,59 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Realverbrauch, den man auch bezahlen muss in Kilowattstunden. Sieht natürlich anders aus als die 17,4, die er da zeigt. Ja, so ist das beim Tesla halt. Wenn man richtig dann den Strom bezahlen muss, muss man halt auch das mal rechnen. Und nicht Fantasiewerte hier im Auto. Also in der Überschlagsrechnung sind das dann so 18%, 20% fast mehr jetzt hier im Winter. Das müsste man natürlich nochmal gegenchecken im Sommer. Ups, ja, 2% schon wieder verloren hier, obwohl das Auto nur nachmittags da so rumstand. Na schön, macht nichts. Wir nullen auf jeden Fall mal unseren Zähler hier unten. Nämlich hier meine Kilometer für die Kalenderwoche. Nächste Kalenderwoche ist das jetzt. Zurücksetzen. So, das ist mal wichtig. Hier unten seht ihr da übrigens immer noch so einen Gesamtzähler, als Merker sozusagen. Und jetzt möchte ich, dass es morgen das Auto hier aufheizt, aber nicht lädt. Also setze ich mal hier mein Limit einfach mal da ziemlich weit runter. 50% mehr geht ja nicht. Fertig. Und sage dann aber hier unten, aufladen will ich. Starte Ladevorgang. Das war früher. Nein, ich will jetzt abfahren um 8 Uhr. Ne, ich will um 7 Uhr abfahren. Um 7 Uhr will ich abfahren. Und dann sollte das Auto gut klimatisiert sein. Oder soll ich 7.15 Uhr sagen? Hm, mal gucken. Nein, ich sage mal 7 Uhr. Mal sehen, ob ich das morgen schaffe. Und zwar montags bis freitags. Genau. Ja, und dann könnte ich nämlich hier die Alternative machen. Ich will immer 7 Uhr losfahren, aber nur unter der Woche klimatisieren. Nein, ich will das so rum. Und die Klimatisierung macht er dann eigentlich immer. Ja, das muss man wissen. Man kann das hier nicht nochmal separat einstellen. Was klimatisiert er auf das hier unten? Was hier eingestellt war, auf das klimatisiert er. Ich mache aber meine Sitzheizung mal auf 1 an. Das weiß ich allerdings nicht, ob er den Sitz auch dann mit heizt. Das ist mir nicht ganz klar. Diese 18,5 Grad auf jeden Fall, die berücksichtigt er. Jo, das müsste jetzt klappen. Jetzt heißt es bloß noch einstecken, weil wenn du nicht einsteckst, dann tut sich gar nichts. Also über die App kann man ja so klimatisieren. Also gewollt hier unten diese Entfrostungsgeschichten benutzen. Wenn man aber das, sagen wir mal hier, Zeitplan machen will, genau, dann musst du das Auto einstecken. 230 Volt reicht aber. Also den 230 Volt Adapter hier nehme ich mir mal. Ich habe sogar noch den Camping Adapter hier auch ja drin. Habe aber leider keine Dose mehr montiert. Also nehmen wir mal den ganz trivialen und ich will den ja vor allem auch in meiner Fritz-Dose benutzen. Weil diese Fritz-Steckdose hier, die kann ich 16 Ampere belasten und ich kann die in meinem Home-Bereich da sehen und dann auch sehen, was die für einen Verbrauch hat. Ladeziegel eingesteckt und tut. Und, so rum, alles klar. Jetzt, wo ist das Ende? Hier unten irgendwo, man sieht nichts Dunkel. Und das Ding hat nämlich auch einen schönen Knopf. Und da geht die Ladebuchse auf und ich stecke das hier mal rein. So, da drüben schaltet es auch. Checkt vermutlich, ob das Ganze hier funktioniert. Mal sehen, was das Auto meint. Das Laden wird natürlich sofort abgeschlossen und er ist auf 13 Ampere gesprungen, genau. Sehr schön. Das lassen wir jetzt mal so. Also er sollte nicht laden, sollte aber vorklimatisieren. Das ist jetzt hier unser Test, ob er das tut. Bin auch mal gespannt, ob uns die Griffe zufrieren. Das Auto ist nämlich komplett nass und es soll ein leichter Minusgerade werden. Was mich hier etwas verwundert ist, dass der Ladeadapter scheinbar nur eingesteckt, auf jeden Fall mal 2 Watt hier zieht. Das ist natürlich nicht viel. Das sieht auch jetzt hier so komisch aus, weil das von der Skalierung her halt automatisch gemacht wird. Mal schauen, was das so über die Nacht dann an Kilowatts bringt, wenn überhaupt. Also er hat wohl eine permanente Verlustleistung hier von 2,31 Watt bei 0,04 Ampere. Okay, kann ich jetzt wohl nichts gegen tun. Und die Temperatur, also nachher werde ich dann hier so einen Gesamtverbrauch sehen. Den habe ich jetzt mal genullt. Ja, hier unten habe ich alles mal resettet. Dann macht er auch so eine Hochrechnung. Das ist eigentlich wunderbar. Und vor allem an dieser Außensteckdose sieht man auch die Temperatur. Ihr seht jetzt hier in meiner Garage ist das ja innen auf jeden Fall gesunken, noch nicht unter 0. Im Moment irgendetwas hier von 6,5 Grad. Merkt man auch, wenn dann das Ding tatsächlich lädt wird, die Steckdose auch warm. Aber man sieht vorher, was für eine Temperatur, zumindest in der Garage war. Die Garage ist jetzt natürlich ein bisschen nass als draußen. Klar, da ist ein geringer Unterschied nochmal. Draußen kann ich jetzt nur sehen, was das Auto dann sagt. Beziehungsweise was ich hier weiß über meine Apple Watch. Aber so weit, so gut. Und wir schauen uns das dann morgen früh an. Weil wir wollen ja eigentlich herausfinden, was unsere Standheizung, unsere Vorklimatisierung hier an einen Verbrauch hat. Vor allem dann hochgerechnet auf das ganze Jahr oder auf den Winter gesehen, sagen wir mal so. Also pro Tag. Ich werde auch mal versuchen, den Strom, nein die Leistung, die der USB-Port da vorne zieht. Also zum Aufladen meiner Handys und sowas. Und den Kameras, wenn sie aktiv sind, also Sentry Mode und Dash Cam. Dann mache ich mal hier so einen Dongle dazwischen, der das zählen kann, der das messen kann. Den resette ich jetzt und dann hänge ich mir den auch noch vorne rein. Guten Morgen. Wie erwartet, etwas kälter. Aber nicht richtig festgefroren. Hier vorne allerdings schon. Es gibt schon Geräusche hier. Das ist was anderes. Ich glaube, das Auto hat schon aufgeheizt. Ja, hier. Hört ihr es? Eindeutig die Lüftung im Auto. Dann können wir ja mal den Stromverbrauch checken. Ja, tatsächlich. Vor 15 Minuten hat er angefangen hier doch mehr Strom zu ziehen. Es ist jetzt 5 vor 7 morgens. Das heißt, 20 Minuten vorher fängt er an zu klimatisieren, zu heizen. Einmal ein kurzer Check, dann ein Aussetzer. Und dann wieder weiter. Okay. 10 Minuten, also doch 15 Minuten vorher. Nee, er hat da zweistufig. Seltsam. Gut. Und jetzt zieht er im Moment Maximum, was er da so kriegt. Nämlich so um die 3 kW. Das ist mal das. Und fragen wir uns natürlich, wie lange geht das? Also hört er um 7 Uhr einfach auf. Oder macht er dann da weiter? Aus Erfahrung muss ich euch sagen, er macht auch nach 7 Uhr noch ein bisschen weiter. Weil er denkt, okay, bist vielleicht etwas in Verzug. Ich weiß nicht, wie lange er da noch weitermacht. Irgendwann wird er wahrscheinlich schon aufhören. Da hat er immer so Timeouts. Deshalb eigentlich, wenn wir mal um 7 Uhr abfahren wollen, können wir mal gucken, wie viel das dann hier tatsächlich an verbrauchter Leistung ist für die Vorklimatisierung des Innenraums jetzt. Ich weiß nicht, ob er am Akku auch was gemacht hat. Das sehen wir erst, wenn wir drinnen gucken und sehen, ob er da noch eine Schneeflocke oder irgendwas hat. Außentemperatur ist irgendwie minus 1. Garagentemperatur ist aber plus. An der Steckdose haben wir noch plus gerade. Hier ist der Beweis. Es ist schon 7 Uhr 3. Schaltet nicht ab. Und wie ich euch gesagt habe, wenn das Auto da Strom zieht an der Steckdose, wird die Steckdose warm. Ja, die ist jetzt irgendwie bei 11 Grad schon. Also Temperaturmessung an der Steckdose ist eher in der Steckdose. So, mal schauen hier. Der Griff ist etwas eingefroren, geht noch. Gut. Der hintere Griff ist tatsächlich etwas mehr eingefroren. Also die Griffe werden nicht aufgebaut. So viel ist man klar. Ich brauche irgendeine Enteisungsspray oder sowas. Gut. Seht ihr jetzt hier meinen Rucksack? Der muss dahinter passen. Sonst ist das Auto zu klein. Tut er aber wunderbar. Passt. Scheiben sind alle entfrostet. Das ist okay. Spiegel auch, glaube ich, auch. Ein bisschen beschlagen bloß. Auto meldet Laden abgeschlossen. Wir haben bloß noch 86 Prozent drin. Ein bisschen was verloren geht aber noch. Also unser Trick hat funktioniert hier. Mit dem Zeitplan auf 7 Uhr Abfahrt plus Limit runtersetzen. Und schon kriegen wir eine Klimatisierung der Fahrgastzelle des Innenraums ohne Aufladen hin. Einwandfrei. Und ihr seht hier keinerlei Schneeflocke oder sowas. Klar, ein bisschen Begrenzung da rechts und links. Seht ihr noch beim Rekuperieren vor allem. Bei der Beschleunigung auch ein bisschen. Also Akku wurde in irgendeiner Weise auch vorkonditioniert, würde ich sagen. Sonst hätte er jetzt definitiv eine Schneeflocke. Nee. Auch bei Gangeinlegen keine Änderungen. Sehr gut. Fahrer zur Arbeit. Mir sieht es im Stau aus. Oh. Hat hier schon eine Abweichung. Warum? Was ist da los? Da. Da. Stauanzeige. Aha. Ja. Da muss ich wohl doch schon ein bisschen neben der Strecke fahren. Aber das erspare ich euch. Wir sehen uns im Parkhaus. Ja. Und hier nochmal. Natürlich keinerlei Verbrauch gerade. Also der Verbrauch von irgendeiner Klimaanlageheizung wird leider nicht aufgezeichnet. Juhu. Da sind wir angekommen. Boah. Etwas länger heute gefahren. Und wir verlieren immer so um die 10%. Das kann man schon mal sagen. Ihr seht es hier 25 Kilometer und 19,1. Kein toller Wert. Und man sieht es jetzt hier seit letztem Laden bzw. für diese Woche 5 Kilowattstunden verlieren wir immer. Also hin und zurück 10 Kilowattstunden. Dürfte also, wenn man 50 rechnet, für 5 Tage reichen. Geht natürlich nicht. Bleibt irgendwie dann wahrscheinlich bei 4 Tagen hängen. Also ich schaffe nicht die ganze Woche mit diesem Akku hier. Ne. Das war jetzt irgendwie überhaupt nichts. Durchschnittsgeschwindigkeit 29 kmh und maximal bin ich mal 84 gefahren. Ja, das war heute Nebenstrecke. Keine Autobahn. Und das hier werfen wir jetzt dem Vampir vor. Und wir sehen uns nachher. So. Da sind wir wieder. Abfahrt zurück. Und Verbrauchscheck. Verbrauchscheck. Fahrer nach Hause. Jo. Freie Fahrt. Angekommen. Ja, 66%. Bisschen mehr als 20% brauchen wir doch. Aber 10 Kilowattstunden, das stimmt schon. Auch wenn man gemächlich fährt, bringt doch nicht so viel. Da stehen wir wieder. Zugefroren. Minus 2 Grad. Und ein Geräusch von der Pumpe hier vorne. Das ist ja mysteriös. Was macht das Auto da? Was echt schlecht ist, die Scheinwerfer sind auch vereist. Und die tauen natürlich nicht auf. 15 Minuten vor Abwärtstermin. Und ich glaube die Klimatisierung läuft an. Genau. Vor 5 Minuten begonnen. Das heißt tatsächlich 20 Minuten vor Abfahrtszeit wird die Klimatisierung, die Heizung hier angeschmissen. Und läuft dann, ihr seht es hier, mit 2, 3 Kilowatt. Ja, in der Statistik kommt da erst was, wenn mal ein paar so Zyklen durchgelaufen sind. Summiert sich hier unten dann zwar auf. Würde auch hier eine Hochrechnung kommen. Aber ihr seht, ist noch bei 0. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass er den Akku mit klimatisiert, weil da die Pünktchen im Beschleunigungsbereich rechts zumindest weg sind. Links allerdings nicht. Also beim Rekuperieren habe ich durchaus noch Einschränkungen. Dieses One-Pedal-Feeling kommt da noch nicht so richtig auf, wenn es Minus-Temperaturen hat. Gleich ist der Abwärtstermin erreicht und er zappelt heute ein bisschen rum. Ja, wie viel verbraucht das nun jetzt hier so pro Tag? Ist ja eine einfache Rechnung. Wir haben jetzt irgendwie hier so 2,5 oder 3 Kilowatt auf eine halbe Stunde. Müsste so 1,5 Kilowatt dann nachher in der Statistik bringen. Ja, und bisher, also gestern und heute, hat er auch schon 2,1 Kilowattstunden verbraucht. Das ist ja wohl so eine Größenordnung. Ja, aber das müsste man dann nochmal ein bisschen mehr Messungen hier abwarten, um da eine Aussage zu treffen. Wäre natürlich mal interessant zu sehen, wenn das an der Wallbox eingesteckt ist und nicht nur, wie bei mir hier, an 230 Volt. Ich habe jetzt im Auto nicht so viel Verlust festgestellt. Bin also der Meinung, dass er eigentlich mit den 230 Volt auskommt. Natürlich nicht ganz sicher, vor allem wenn es jetzt noch kälter würde, wird es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr ausreichen. Garagentemperatur oder sagen wir mal Fritzbox-Temperatur, irgendwie sowas bei 5, 4,5 Grad. Heute auch keine wahnsinnige Aufheizung durch diese Stromentnahme hier. Das ist immer ganz verschieden. Also wenn ich auflade, sieht man es deutlicher, dann kommt deutlicher so ein Peak wie da hinten, also gestern Morgen. Jetzt fahren wir aber mal ab. Wir sind genau auf Termin und schauen uns an, wie das im Auto aussieht. Und da sieht man deutlich die Vorklimatisierungsphase von 20 Minuten vor dem Abfahrtstermin. Und hier mein Stromnetz ist nicht ganz stabil heute Morgen. Ihr seht es, leichter Einbruch in der Spannung. Da zappelt es auch ganz schön. Das ist gar nicht, was da los ist. Das Normale ist. Heizung läuft so lange, bis ich einsteige. Wunderbar. Und die Räder mal deutlich. Zugefrorene Scheinwerfer, die muss ich jetzt noch von Hand mal frei machen. Sonst ist das restliche Auto eigentlich gut aufgetaut. Schauen wir mal die Griffe hier an. Ja, tatsächlich wieder eingefroren. Das ist gar nicht gut. Kriegt man auch gar nicht auf, nur mit Gewalt. Jetzt geht's, okay. Mann, oh Mann. Ich bin gestern nämlich schon gewundert, warum die nicht funktionieren. Die Scheinwerfer. Ist ja klar. Ein Zugefroren. Die schaue ich rechts. Die werden auch nicht so richtig ausgetaut durch die LED-Lichter. Da ist also noch eine Verbesserung nötig. Könnte hinten auch sein. Haben wir aber heute kein Problem. Also der Verlust am Akku ist eigentlich in Ordnung. Ein Prozent. Oh, wir haben heute eine Schneeflocke. Ich schalte mal ein, das System. Sekunde, dann sehen wir auch mehr. Ja, hier seht ihr jetzt so ein bisschen die Beeinträchtigung rechts und links. Also rechts die Beschleunigung, links die Rekuperation. Die ist jetzt stärker auch eingeschränkt, obwohl er ja mit 62 Prozent ideal ist. Ist aber zu kalt. Also wird hier drüben auch eine Leistungsbeschränkung in der Rekuperation vorgenommen. Das heißt natürlich, unser One-Pedal-Driving funktioniert nicht richtig. Und hier drüben funktioniert die Höchstgeschwindigkeit. Nein, die Höchstbeschleunigung nicht richtig. Also doch nicht so toll hier klimatisiert vom Akku. Sieht's auch hier, hat er jetzt so eine Begrenzung drauf. Und wir werden dann ja eh vermutlich an die 50 Prozent schon kommen. Und dann kriege ich das sowieso so nicht mehr simuliert. Dann muss ich eh auch ein bisschen immer aufladen. Na, mal gucken, ob ich ihn vorher irgendwo ein Stück auflade. Weil wir wollen ja eigentlich nur den Verbrauch haben, der tatsächlich durchs Aufheizen hier zustande kommt. Und in meiner Statistik im Moment mal fahre zur Arbeit. Ah, ihr seht, wir haben immer noch Schwierigkeiten auf der Autobahn. Stau. 44 Minuten Fahrzeit für 30 Kilometer ist eigentlich ein bisschen zu viel. Ja, und im Stau stehen finde ich auch nicht gut. Deshalb werde ich vermutlich wieder etwas mehr neben der Strecke fahren. Das hat dann ja zur Folge, dass wir tatsächlich auch einen ganz guten Schnitt kriegen. Mal gucken grad. Na, so toll ist der gar nicht. 18,5. Aber ihr seht hier genau die 10 Kilowattstunden, die ich scheinbar pro Tag brauche, wenn ich nur meine Standardstrecke von 60 Kilometer fahre. So, da sind wir. Ja, nicht unbedingt hier weniger gebraucht heute. Aber sogar ein ganz schlechter Schnitt sehe ich gerade. Zumindest hier mal unter dem Projektierten, weil zu schnell gefahren, auf der Autobahn kurz, da sind wir ein bisschen abgesackt. Ja, 49 Prozent knapp drunter und sozusagen unterhalb von dem Limit jetzt müssen wir mal zurückfahren und dann irgendwo ein bisschen aufladen, dass wir auch morgen unseren Test wieder machen können mit der Vorklimatisierung vom Auto. Eine Kilowattstunde zu viel. Seht ihr mal, 180 auf der Autobahn und schon eine Kilowattstunde zu viel. 48 Prozent sind zu wenig, also werde ich jetzt mal irgendwo kurz aufladen. Wir stehen wieder daheim, haben etwas geladen. 70 Prozent merken bei uns hier. Okay, dann können wir unsere Experimente mit den morgendlichen Vorwärmen, Vorklimatisieren, Vorheizen weitermachen. Heute bin ich mal ein bisschen besser aufgestellt. Da habe ich mir hier so einen alten, echt uralten Türschlossenteiser mal geholt. Irgend so was brauchen wir ja, um die Schlösser da, naja, die Griffe frei zu kriegen. Ja, mal gucken, ob das tut. Ja, minus 5 Grad heute. Man hört schon was. Das Auto fängt schon an, sich irgendwie aufzutrauen. Und natürlich heute noch mal stärkere Probleme mit den Griffen hier. Man sieht es nicht im Dunkeln. Ich versuche aber trotzdem hier mal irgendwie diesen Mittel da was reinzukriegen. Da hört ihr es zumindest, sehen ob das irgendwie funktioniert. Also wenn da jemand eine Idee hat, wie das gehen soll, dann wäre ich für einen Tipp, Hinweis, offen. Temperatur an der Steckdose jetzt immerhin auch mal irgendwie was von 3 Grad bloß noch. Und das Auto zieht wieder seine 2,8 Kilowatt, fast 3 Kilowatt bei nahezu 13 Ampere. Mehr geht ja nicht. Und versucht jetzt hier aufzuheizen. Dritter Tag in Folge, dass wir jetzt hier eine Vorheizung haben am Morgen. Und da seht ihr so, was ich da schon verbraucht habe. Und deshalb bringt er mir hier tatsächlich zum allerersten Mal auch eine Statistik. Ja, ich würde also pro Tag 35 Cent ausgeben. Ich habe jetzt hier mal angenommen, dass ich 30 Cent die Kilowattstunde zahle. Das kann also etwas geringer auch sein. Das ist eher so ein Worst Case. 1,1 Kilowattstunden braucht er zum Aufheizen. Im Monat sind es 10 Euro und im Jahr dann 128. 20 geht ja noch, aber es summiert sich natürlich trotz allem. Das ist nochmal was anderes, als wenn man auch noch mit auflädt immer. Das habe ich ja auch schon mal probiert. Trotzdem ist das irgendwie noch überschaubar. Man muss es bloß einkalkulieren, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wenn er hier heute fertig ist, wie dann die Statistik aussieht. Vielleicht nochmal einen besseren Wert. Das ist hier unsere Untersuchung, sagen wir mal so, Vorheizen mit dem Ladeziegel an 230 Volt. Wenn man das mit dem Auto jeden Tag hier im Winter macht und nicht von der Fahrbatterie das abzieht. Also da haben wir ja wenig Verluste gesehen. Vermute aber stark, dass die Heizung eigentlich nicht ausreicht. Gut, er versucht jetzt immer 20 Minuten lang das zu machen. Er macht es aber auch länger, wenn man nicht losfährt. Also eine halbe Stunde, sagen wir mal so. Müsste sich halbwegs ausgleichen mit den 3 Kilowatt, was wir jetzt da gesehen haben. Müsste aber einen richtigen Gegencheck machen nochmal im Auto, was tatsächlich die Heizung verbraucht. An den Prozenten vom Akku haben wir ja nicht so viel gesehen. Also heizen tut er gut. Sieht sich deutlich an der Frontscheibe. Das funktioniert gut. Was er nicht macht, ist die Heckscheibe. Die müsste man in der App einstellen. Kann ich aber jetzt so beim automatischen Vorheizen nicht konfigurieren. Und wie gesagt, für die Türen gibt es auch noch keine richtige Lösung, weil da gar keine Heizung drin ist. Sehen wir aber nachher. Jetzt lassen wir ihn nochmal ein bisschen machen. Die 20 Minuten sind noch nicht ganz um. Ansonsten reicht hier die Heizung tatsächlich eigentlich aus, um das Auto zu entfrosten morgens. Ja, und hier vorne ein Scheinwerferproblem haben wir auch noch immer. Okay, jetzt gucken wir mal, ob die Türen aufgehen mit meinem Enteisungsspray. Jawohl, das funktioniert einmal frei. Okay, wunderbar. Schon mal ein Fortschritt zumindest. So im Vergleich, hier drüben hat es ja nicht gemacht, da geht es einiges schlechter. Geht aber heute auch noch. Gar nicht so schlimm. Na gut. Huh, haben wir doch mal etwas Verlust hier. Also 4% oder sowas. Und eine Schneeflocke dazu. Okay, die zieht uns eh schon 3 ab. Geringer Verlust, würde man mal sagen. Nicht so viel wie bei meinem letzten Model 3, was ja auch ständig abgefragt wurde. Das hier geht tatsächlich in der Sleep-Modus. Also funktioniert wunderbar. Ja, unsere Verbräuche so sind jetzt in der Woche gewesen. Sieht man hier, zweimal hin und her fahren. 19,8 Kilowattstunden, also 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ist eher so realistisch, glaube ich, im Winter. Hier im Auto, sagt er mir sogar übrigens minus 7 heute Morgen. Ja, ist tatsächlich mehr, weil man ja die Heizung irgendwie an hat. Hält sich aber noch im Rahmen. Also ganz was anderes als S und X-Modell so verbrauchen. Oder gar andere Autos, die da noch ineffizienter sind. Gut, dann fahren wir mal und schauen nach der Fahrt, wie wir da so stehen. Fahre zur Arbeit. Und wieder sind wir auf Nebenstrecke unterwegs. 52% noch im Akku. Soweit so gut. 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist zu viel. Und 46 Minuten ist auch zu viel. Ja, sehr viel Verkehr, gerade bei uns hier. Daher geht es irgendwie nicht anders. Ich bin aber sonst nichts neben der Strecke gefahren. Deshalb hier 142 Kilometer. Das kommt hin. Und 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer jetzt die Woche. Gut. Ich habe übrigens hier eine Fehlermeldung von einem Reifen. Vorne links. Obwohl er jetzt wieder in Ordnung ist. Hatte wohl ein bisschen zu wenig Druck drauf. Kamerafehler hatte ich auch unterwegs. Na, danach muss man nochmal gucken. Also, das Auto hat durchaus noch mehr Meldungen hier so. Manchmal nicht so ganz offensichtlich. Jo, da sind wir wieder. Geringfügige Verluste haben wir durchaus. Hält sich aber irgendwie noch in Grenzen. Schauen wir mal kurz hier. Ja, hier seht ihr ganz deutlich. Probleme auf beiden Seiten. Vor allem in der Rekuperation. Was dann leider auch dazu führt, dass dieser Haltenmodus nicht mehr so gut funktioniert. Jetzt gucken wir nochmal nach dem... Er hat noch keine Ansicht hier leider. Das ist auch was Doofes. Die Anzeige von dem Reifendruck kriege ich natürlich erst beim Fahren. Okay. Aber ich glaube, wir haben sowieso genügend Daten gesammelt. Gucken wir uns das nochmal auf unserer Fritzbox-Seite an. Es ging ja hier um die Vorheizen-Vorklimatisierung am Morgen bei kalten Temperaturen. Und so ein bisschen um den Vampirverlust, ja. Und so ein bisschen um meine Durchschnittsverbräuche hier bei kalten Temperaturen. Deutlich höher. Ich denke nämlich, das was wir hier sehen, die drei Beispielladungen reichen vollkommen aus in der Woche hier. Und da sehen wir dann hier unten auch in unserer Zusammenfassung, was zu erwarten ist. Etwas über einer Kilowattstunde jetzt so im Durchschnitt. Und das sind dann so die Werte, mit denen man hier rechnen muss bei 30 Cent die Kilowattstunde. Ich habe das jetzt mal aufgerundet für den Worst Case. Ja, das war jetzt hier mal mein Test. Vorheizen des Tesla Model 3 Standard Range Plus im Winter. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.